Nach langwierigen Ermittlungen hat Nova herausgefunden, dass General Davies, eine angesehene Politikerin der Liga, die Verteidiger Menschheit anführt. Sie war es, die den Befehl gab, Liga Ghosts, darunter auch Nova selbst, eine Gehirnwäsche zu unterziehen und Angriffe verwilderte Zerke auf und der Teil darin gegen Zivilisten zu provozieren. Obwohl sie sich in der Öffentlichkeit loyal gegenüber Imperator Valerian gezeigt hatte, verfolgte General Davies das Ziel, ihn mit ihren Maschenschaften politisch zu komprimentieren und schließlich zu entmachten. Nova legte dem Imperator ihre Beweise vor und rechnete damit, dass er Davies Liquidierung anordnen würde. Doch Valerian hatte einen eigenen Plan und Befehl, befahl er sich an diesen zu halten. Valerian hat sich auf der Buße Fallos in seinen Räumlichkeiten zurückgezogen und General Davies von seinem Entschluss unterrichtet, als Imperator der Terranischen Liga zurückzutreten. To be continued. Die Psi-Emitter wurden mit der Psi-Emitter verruft. Technologie aus den Laboren der Möbius Foundation verbessert. Sollte dieser Umstand bekannt werden, wird der Verdacht auf Valerian Manx gefallen. Ich weiß, dass mein Vater verloren ist. Er muss von seinem Posten entfernt werden. Der Imperator ist hier. Er möchte seine Ansprache so bald wie möglich halten. Wirklich? Wir werden ihn genau beobachten. Sollte etwas schief gehen, lautet der Befehl, ihn zu töten. Es bleibt nicht viel Zeit, Imperator. Ich weiß. Alles muss genau so ablaufen wie besprochen. Davies Streitkräfte werden sich auf meine Eskorte konzentrieren und sie im Auge behalten. Nova, Sie infiltrieren die Anlage, solange Sie abgelenkt sind. Das kriege ich hin. Nehmen Sie Davies in Gewahrsam und bringen Sie sie vor dem Ende meiner Rede zum Balkon. Ich werde der Liga ihre Festnahme bekannt geben. Sie wird es uns nicht leicht machen. Sie wird keine andere Wahl mehr haben. Nova, ich zähle auf Sie. Ne neue Ghost-Mission. Ich habe es Ganser auf Davies Anlage laufen lassen. Leider scheint sie es mit der Sicherheit sehr genau zu nehmen. Darum schicken Sie ja mich. Genau. Davies Nachrichten lassen darauf schließen, dass sie die Rede von ihrem Büro aus verfolgen wird. Um dorthin zu gelangen, müssen Sie in der Anlage einen weiten Weg zurücklegen. Also entweder getarnt oder mit Ruhe Gewalt. Ich passe meine Ausrüstung an. Wie komme ich rein? In der Kanalisation kommen nur selten Patrouillen vorbei. Sie sollten den Bereich relativ problemlos infiltrieren können. Klar, problemlos. Entweder getarnt oder mit Ruhe Gewalt. Ich glaube, getarnt ist unter dem Effekt von Kontrolle. Bringen Sie den Tor zum Mechaniker, während Sie in der Kanalisation sind. Okay. Nach langem Schweigen hat Imperator Valerian auf der Kernwelt Vardona eine Pressekonferenz einberufen. Zuvor war er aus seinem Palast auf Korhal geflohen, als es bei Protesten zu Ausschreitungen kam. Einige glauben, der Imperator laufe vor seinen Pflichten davon. Andere sehen sein Handeln als ersten Schritt zu einer friedlichen Lösung. Wir hoffen auf weitere Informationen bei seiner Stellungnahme. Okay. So, äh, ein anderer Helm. Oh. Ich habe ja keine anderen Helme zur Auswahl. Hm. Achso, deckt getarnte und eingegrabene Einheiten auf deswegen. Hm. Brauche ich das in der Mission? Nein. Glaube ich nicht. In der Mission glaube ich nicht. Hm, ja, dauerhafte Tarnung. Wir versuchen den Tarnweg. Hol mal Trappe. Plasma-Gewehr. Mehr Plasma. Hm. Hm. Das dürfte funktionieren. Äh, wir hatten jetzt mehr, äh, mit Detektor-Fähigkeiten. Da ist, glaube ich, die nicht schlecht. Da wäre es jetzt wieder nicht schlecht, wenn wir Sneaky machen. Nimm mal das Plasma-Gewehr. Boah, wenn das jetzt... Auf dieser Mission werden sie... Ah ja, auf dieser Mission werden sie... Dann nehmen wir das Plasma-Gewehr. Dann schmelzen wir mal ein paar Gegner. Hm, okay. Folgenstein F. Da bin ich mal gespannt, was auf uns wartet. Wobei, oh, da hätte ich dieses Schwert nehmen sollen. Oh, ich hätte das Schwert in dieser Mission nehmen sollen. Damit greift es ja auch nicht automatisch an. Das wäre eigentlich die bessere Wahl gewesen. Na ja. Schon? Ich bin drin. Bewegen Sie sich zu diesen Koordinaten. Von dort aus gelangen Sie zum Rest der Anlage. In Ordnung. Sie müssen für mich hier unten meine Augen ersetzen. Wird gemacht. Wir haben unerwünschten Besuch. Ich brauche Verspärkung. Bestätigt. Das kriege ich hin. Piu. Die Basis wurde infiltriert. Wahrscheinlich ein Ghost. Verständige das Hauptquartier. Wird gemacht. Noch nicht. Na ja. Schon erledigt. Ich orte eine interessante Energiesignatur, die von diesem Raum ausgeht. Vielleicht können Sie sich das kurz näher anschauen. Rein geschäftlich. Hier ist jemand. Hilfe. Hier ist jemand. Auf dem Weg. Okay. Komische Waffe. Also wie hier? Wird gemacht. Es ist ein Visier. Damit sollte ich einen Verteidiger leicht kontrollieren können. Mich beschleicht das Gefühl, dass Sie das schon mal gemacht haben. Ist klar. Damit kann ich jetzt Gehirnkontrolle einsetzen. Wo ist die Wartungshalle? In der anderen Richtung. Was haben Sie jetzt schon wieder kaputt gemacht? Wo ist der Mechaniker jetzt? Auf dem Weg. Tor soll ich zum Mechaniker bringen. Rein geschäftlich. Warten Sie. Da ist eine Laserschranke direkt vor Ihnen. Eine Blendgranate dürfte Sie außer Gefecht setzen. Gut möglich. Oder ich könnte dieses Visier benutzen, um einen Verteidiger den Job erledigen zu lassen. Dieser Tor wird hier nicht durchpassen. Hm. Zu schade. In Bewegung. Hm. Wo soll ich den Tor hinbringen? Wird gemacht. Zum Mechaniker. Wo ist denn hier ein Mechaniker? Rein geschäftlich. Hm. Er ist kein Mechaniker. Ist klar. Nein. Schon erledigt. Egal. Dann bringen wir ihn halt nicht zum Mechaniker. Das kriege ich hin. Bestätigt. Hm. Eine Blendgranate. Was ist das für ein... Wird gemacht. Egal. Schon erledigt. Oh, doch. Klappt. Ist klar. Das kriege ich hin. Blindgranate. Komisch. Rein geschäftlich. In Bewegung. Interessantes Superschuss. Um Schaden zu füge. Das kriege ich hin. Schöne Reichweite. Öffnet das Feuer. Nicht genügend Energie. Toll. Schon erledigt. Der mich entdeckt hat, der hat jetzt irgendwie nicht viel gemacht. Laut und deutlich. Was ist das? Sensordrohne. Eine Sensordrohne befindet sich nahe ihrer Position, Nova. Entweder sie zerstören sie oder halten sich von ihr fern. Das ist eine einfache Wahl. Das kriege ich hin. Stören. Wird gemacht. Kommen gleich welche raus und wollen mich ärgern. In Bewegung. Tja. Schmelze, mein Freund. Bestätigt. Wo ist der Mechanik? Am Ende der Karte ist der... Ah je, der muss sich den durchschleusen. Schon erledigt. Aber habe ich schon befürchtet. Für den echten Abschnitt brauchen Sie vielleicht neue Ausrüstung. Ich habe etwas für Sie in der Nähe Ihrer aktuellen Position deponiert. So schnell kann es gehen mit meiner Waffe. Scheint nicht die Einzige, die gut unbemerkt bleiben kann. Was habe ich neu bekommen? Hier Helm, oder? Nee. Was habe ich denn neu bekommen? Laut und deutlich. Hä? Was brauche ich denn Neues? Nix brauche ich. Nix brauche ich. Ich bin okay. Auf dem Weg. Wollen wir den wegmachen? Ist klar. Laut und deutlich. Was hat denn der für ein komisches... Hör gut zu. Wie bitte? Ich habe hier das Kommando. Ah. Oh, da hat mehr Texte. Schade. Ich höre. Ich höre immer wieder heilen. Ist kein Thema, den werde ich am Leben erhalten. Auf jeden Fall. Wird gemacht. Ah, das Viech... Doch, man kann es zerstören. Also sonst ist es ja nicht. Das hat Schaden erlitten. Rein geschäftlich. Laut und deutlich. Auf dem Weg. Schön sneaky, nicht wahr? So sind wir halt... Feind in Sicht. Sie haben es gleich aus der Kanalisation geschafft. Direkt vor Ihnen liegt der Ausgang. Laut und deutlich. Ist klar. Ja, das Viech kaputt ist... Ja doch, eine zweite Ladung und das ist weg. Wobei... Bestätigt. Wir können auch einfach durchgehen. Und es wegballern. Schon erledigt. Auf dem Weg. Mechanik. Ist klar. Nein. Äh... Rein geschäftlich. Wo ist der Mechanik? Bestätigt. Moment. Ah, vielleicht hier. Laut und deutlich. Mechanik. Wird gemacht. Können Sie das kurz reparieren? Fragen Sie mich bloß nicht, wie das passiert ist. Schon erledigt. Okay. Hoffentlich hat es was gebracht. Ist klar. Also hoffentlich habe ich davon einen Vorteil später. Mal schauen. Okay. Ich bin jetzt im Innern der Anlage. Cool. General Davis ist noch in Ihrem Büro. Sie geht kein Risiko ein, bevor die Rede beendet ist. Die Türsperre wird unabhängig voneinander in zwei Kontrollräumen überwacht. Sie müssen sich Zugang verschaffen und die Kontrollen überbrücken, bevor der Imperator mit seiner Rede fertig ist. Schon dabei. Habe ich hier also Zeitdruck? Nee. Not really. Puh. Großes Gebiet. Hier sind die Koordinaten der beiden Kontrollräume. Viel Glück noch. Ach so, da könnte ich mich um... Das werde ich wohl brauchen. Ist klar. Da könnte ich mich ummodeln. Kann ich da hoch? Rein geschäftlich. Kann ich die Treppen da hoch? Die militärische Forschungsabteilung hier hatte fast unbegrenzte Mittel. Meine Scans zeigen, dass ich an diesen Koordinaten wertvolle Ausrüstung befinden könnte. Das sollten wir uns mal näher anschauen. Wird gemacht. Schaltet den Ghost aus. Nein. Okay, rennen wir einfach durch. In Bewegung. Ist da vielleicht dicht. Feind ist entkommen. Ju. Schon erledigt. Ist klar. Vielleicht doch. Sie können auch erstmal runtergehen. Davis-Büro ist noch immer abgeriegelt. Sie müssen in beide Kontrollräume gelangen, um die Tür zu öffnen. Überall diese Ausrüstungscontainer. Laut und deutlich. Reingeschäftlich. Reingeschäftlich. Knapp. Was war das? Nein, 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 nein. Das wollte ich irgendwie nicht. Ich habe etwas in Ihrer Nähe geortet, Nova. Ich glaube, es ist ein Kampfanzug. Klingt, als könnte der mir nützlich werden. Ist klar. Ein Kampfanzug. Achso, ja, Kontrolle. Kontrolle, natürlich. Ähm, die... Befolge meine Befehle. Zugang verwehrt. Oder ein... Ich brauche also einen Wissenschaftler. Oder ich muss es selbst machen. Wie das Kommando. Wie... Wie bitte? R. Okay. Das kriege ich hinten. Ein Wissenschaftler. Ihr seid Wissenschaftler? Ihr seid Wissenschaftler. Statusbericht. Vorragend. Überfolge meine Befehle. Hallo, mein Freund. Alles in Ordnung da drüben. Klar, alles prima. Glaube ich jedenfalls. Reingeschäftlich. Glaub ich jedenfalls. Kommt da gerade ein Speer gerade hoch? Bestätigt. Diese Sonardrohnen verfügen über einen EMP-Impuls. Passen Sie auf, dass Sie denen nicht ins Gehege kommen, Nova. Was Sie nicht sagen, schriftlich. Das kriege ich hin. Moment. Verstanden. Befolge meine Befehle. Äh, äh, da. Ich habe hier das Kommando. Öffnet das Feuer! Mein Ziel wurde neutralisiert. So gut war das jetzt doch. Bestätigt. Na ja, killen wir alles. In Bewegung. Mach den Feind auswendig. Das kriege ich hin. Mach mal die weg. Wird gemacht. Alles wegmachen. Alles und jeden wegmachen. Auf dem Weg. Piu, Piu, Piu. Äh. Wird gemacht. Piu, 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 Piu. Ist klar. So, weg mit dir. Ich möchte diesen Anzug. Auf dem Weg. Sie sollten das Teil mal sehen, Riegel. Ziemlich beeindruckend. Vielleicht können Sie ihn ja mal ausprobieren. Bestätigt. Hm, wenn ich an einen neuen Spot komme vielleicht. Aber gerade ist keiner in der Nähe, deswegen. Schon erledigt. Das kriege ich hin. Wusch, 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 wusch. Rein geschäftlich. Könnt ihr mal hier wobei schauen. Der Operator ist hier. Da muss irgendwas Großes laufen. Vielleicht hat er einen gesehen, dass wir Recht haben. Und dass die Verteidiger einen wichtigen Beitrag für die Liga leisten können. Sie muss in der Nähe sein. Ich fühle es. Teleportationsanzug-Prototyp gewinnen. Noma kann damit... Ist sie dann auch getarnt? In der Verteidiger. Äh, nein. Ist klar. Schon erledigt. Äh, nein. Wer ist da? Ja, genau. Wird voll abgeballert. Wer ist da? Ey, jetzt hör doch auf. Läuft immer wieder hin zurück. Bestätigt. Oh, das war nicht so gut. Auf dem Weg. Seit wann ist denn hier die Tür auf? Wird gemacht. Schaut mal an. Da ist so eine hässliche Sonar-Drohne. Hm. Schon erledigt. Aber ansonsten geht's. Ich sehe den Kontrollraum. Aber ich komme nicht rein. Versuchen Sie die Wachen im Inneren zu kontrollieren. Nein! Schaltet den Ghost aus. Ach, überall Gegner. Auf dem Weg. Fangt. Wird gemacht. Das war nicht so gut. Sie ist entkommen. Ich bin wieder voll da. Rein geschäftlich. Ich bräuchte ein... Die F-Taste müsste sie auch einfach stoppen. Ähm... Laut und deutlich. Wie kommt man jetzt am einfachsten da rein? Bei der Widerstand, die Wissenschaftler oder irgendwas? Jetzt greift sie da dran, komischerweise. Ich stehe sie. Oh, shit. Was ist... Das kriege ich hin. Ist das hier schiefgegangen? Bestätigt. Schon erledigt. Gehen wir mal hier lang. Vielleicht sehen wir hier was. Laut und deutlich. Das sieht gut aus. Wird gemacht. Ah, ein Wissenschaftler. Befolge meine Befehle. Hör gut zu. So. Eine der Kontrollkonsolen ist eingestellt. Ab zur nächsten. Das war's schon. Ach Gottchen. Bestätigt. Das war's schon. Das kriege ich hin. Ja, den Wissenschaftler brauche ich nicht mehr. Schon erledigt. Okay. Probier's doch mal mit Teleportation. Einfach nur, weil wir's können. Rein geschäftlich. Äh, so. Und... Falsche Taste. Äh, auch falsche Taste. Äh, da. Ist klar. Wie häufig kann ich mich teleportieren, ist die Frage. Laut und deutlich. Bestätigt. Rein geschäftlich. Äh, aufpassen. Aufpassen. Man muss es nicht übertreiben. So, hier rüber, runter. Wird gemacht. Ich höre. Öffnet das Feuer. Viel leicht. Hör gut zu. Angriff. Wie bitte? Mein Ziel wurde neutralisiert. Okay. Ich kann sie nicht finden. Das kriege ich hin. Das ist absolut nicht richtig so. Aber meine Freunde. Wird gemacht. Ach, welche Taste da. Auf dem Weg. Das liegen aber auch ein bisschen blöd, finde ich. Davis Streitkräfte haben in diesem Sektor hochentwickelte Waffen getestet. Wie wär's, wenn wir uns das mal näher anschauen? Mit Vergnügen. Tötet sie! Jo, ich bin damit wieder weg. Schon erledigt. Verdammt. Sie ist schon wieder verschwunden. Oh, warum bin ich fett? Ach, ist klar. Ach, sie ist ja dauerhaft getarnt bei der Teleportation dann prinzipiell. Kannst du mal weggehen? Wird gemacht. Danke. Laut und deutlich. Sie ist ja da pausenlos getarnt. In Bewegung. Schaltet den Ghost aus. Sie muss in der Nähe sein. Ich fühle es. Das war jetzt nicht so gut. Das drücke ich hin. Wo bin ich jetzt? Alles cool. Warte mal. Bestätigt. Wo bin ich falsch? Oh, schaut mal her. Ich glaub, ich bin ja total falsch. Entschuldigung. Ich hatte diesen Bereich nicht im Auge. Setzen Sie sich in den Lotus-Sitz. What? Atmen Sie ein und zählen Sie bis zehn. Atmen Sie aus und zählen Sie bis zwölf. Rufen Sie sich Wolken vor Ihr geistiges Auge. Engel, die Sonne und Häschen an Ihren Füßen. Was? Häschen? Und lassen Sie Ihre Seele aufleuchten. Sie sind schön. Ja, ich bin schön. Ja. Ihr Leben hat einen Sinn. Juhu. Lieben Sie sich selbst. Oh, ja. Umarmen Sie sich. Doch lassen Sie es niemanden sehen. Natürlich nicht. Deswegen ist kein Facecam. In Bewegung. Okay. Oh. Oh, was ist hier? Ist das ein Secret Area oder wie? Das kriege ich hin. Das ist ja geil. Was ist das? Auf dem Weg. Soll das ein Gewehr oder ein Schwert sein? Was? Wahrscheinlich beides. Oh. Uh, uh, uh. Äh, die. Ist klar. Befolge meine Befehle. Mein Freund. Ich habe hier das Kommando. Mach mir mal die, die auf. Wobei, mein Freund ist wirklich? Eigentlich nicht wirklich. Danke, mein Freund. So, jetzt wieder abhauen. Ich höre. Laut und deutlich. Rein geschäftlich. Hm, ziehe sonst noch was? Rein geschäftlich. Cool. Das kostet keine Energie. Ja, das gefällt. Das kriege ich hin. Ja, in solchen Missionen gefällt es mir. In so einer richtigen Mission, da wäre es glaube ich lästig. Na, was ist los? Von hier oben kann ich runterschießen. Ich kann das einfach von hier oben platt machen. Bestätigt. Komm. Lös dich im Plasma auf. So ist es richtig. Schon erledigt. Ah. Sie muss in der Nähe sein. Ich fühle es. Wie fühlst du das? Oh shit, wow. Ah ja. Laut und deutlich. Ich bin ja bloß. Kurze Zeit verdeckt. Da ist ein Tor. Schon erledigt. Statusbericht. Befolge meine Befehle. Mach den weg. Hör gut zu. Jawohl. Riegel. Ich habe die hochentwickelten Waffen gefunden. Das ist ein ganz schöner Haufen. Das hatte ich gehofft. Ich habe hier das Kommen. Angriff. Oh shit. Rein geschäftlich. Ha. Das kriege ich hin. Ich und mein Tor. Sind okay. Ich bin wieder viel da. Hier gibt es bestimmt noch mehr Gemix oder so ein Scheiß. Auf den Weg. Du kommst ja nicht rein, oder? Ich kann da hochhüpfen. Bitte bestätigen. Ich werde immer ganz nervös, wenn wir neue Prototypen fertigstellen. Ach shit. Stimmt schon. In letzter Zeit hatten wir viele Diebstähle. Vielleicht sollten wir alles einfach immer nur halbfertig lassen. Zu. Ich habe hier das Kommando. Ja, und so ein Tor. Statusbericht. Bestätigt. Wie bitte? Ich höre. Gut arbeiten. So, und jetzt? Halleluja. Hier sind einige. Ist klar. Oh, weg ist ja. So, Ali, hopp. Ah, shit. Rein geschäftlich. Öffnet das Feuer! Äh, ja. Auf dem Weg. Hier ist der zweite Kontrollraum. Sie wissen ja jetzt, was zu tun ist. Ah, durch! Davies Büro ist offen. Sie können jetzt die Verhaftung durchgehen. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es hat geklappt. Ich spüre eine psionische Präsenz. Sie kommt mir bekannt vor. Was? Sie ist weg, wie vom Erdboden verschluckt. Schon besser. Äh, was spürst du jetzt? Ich spüre nichts. Ich spüre nur den Sieg. Auf dem Weg. Und mein Tor. Wir rücken hier einfach vor. Ist klar. Danke. In Bewegung. Da kann auch durchlaufen. Wird gemacht. Ich habe hier das Kommandum. Statusbericht? Das kriege ich hin. Nehmen Sie gerne Davies fest. Alles klar. Auf dem Weg. Oh, wir rücken jetzt einfach vor. Ich wusste, wir würden uns wiedersehen. Stone, was ist passiert? Du hast mich zurückgelassen. Ich der Liga angeschlossen, um deine ehemaligen Kameraden zu ermorden. Ich bin wohl der Nächste, was? Sie haben deine Erinnerungen manipuliert. Du bist nicht du selbst. Wir sind, wer wir sein wollen. Und du willst es nicht anders. Verdammt. Ich muss ihn aus dem Weg schaffen. Ja, dafür habe ich ein Tor. Statusbericht? Wird gemacht. Ich will ihn nicht töten. Aber ich muss ihn so sehr schwächen, bis er kampfunfähig wird. Unter diesen Umständen erscheint mir das mehr als fair. Ist klar. Da. Bestätigt. Nicht genügend Energie. Okay, kampfunfähig. Er liegt am Boden. Wie? Der ist jetzt gegen mich. Sie müssen jemanden schicken, der sich um ihn kümmert. Natürlich. Du bleibst bei mir. Aber Sie sollten sich jetzt um Davis kümmern. Statusbericht? Schön. Davis, der Imperator wünscht Ihre Anwesenheit. Und wenn ich ablehne? Wir werden Sie schon überreden. Dann wirst du Plasma Matsch. Wenn du ablehnst. Einfach so. Das war vergleich. Du bist glücklich. Das war vergleich. Das war der 가지고. Alles in Okay. Wahnsinn. Diez ist nicht langsamerẫuern.